Wir sind eine Steuerberatungskanzlei, haben ca. 30 Mitarbeiter an zwei Standorten. Wir betreuen den allerkleinsten Arbeitnehmermandanten bis zum wirtschaftsprüfungspflichtigen kleinen mittelständischen Konzern und wir nutzen die Kommunikationslösung von Wildix seit ca. 1,5 Jahren. Wir hatten vorher schon eine IP-Telefonieanlage von der Telekom. Wir hatten mit der alten Anlage teilweise tageweise Ausfälle. Wir waren nicht erreichbar und das ist für uns ein absolutes No-Go, das geht nicht. Die Anlage muss funktionieren. Wie kann uns fast vollkommen egal sein. Deswegen suchen wir auch einen Partner, der uns das gewährleisten kann und bei der Wildix-Anlage hatten wir bisher null Ausfälle. Wildix ist uns empfohlen worden von unserem langjährigen Partner Teletechnik in Freiburg. Mit der Erfahrung der vorhergehenden Anlage war uns ganz wichtig, dass wir einen Partner hier direkt vor Ort haben. Insofern ist der Sitz der Teletechnik Freiburg für uns natürlich ideal. Bei Problemen, die immer mal wieder auftreten können, ist der Herr Murat und sein Team immer sofortiger Ansprechpartner für uns und ich brauche mich um nichts zu kümmern. Telefonieren und fertig. Wir sind Anwender der Software DATEV und das war für uns mit Sicherheit auch ein K.O.-Kriterium, dass die neue Telefonanlage auch mit DATEV kommunizieren kann. Es gibt auf jeden Fall eine Effizienzsteigerung dadurch, dass wir über die Estos-Schnittstelle der Wildix-Anlage die Möglichkeit haben, direkt aus den DATEV-Anwendungsprogrammen Mandanten unter ihrer Kontaktnummer zurückzurufen, ohne dass die Nummer zu wählen ist. Ein weiterer Effizienzgewinn im Sinne eines organisierteren Arbeitens entsteht bei mir durch die Post-it-Lösung im Collaboration-Tool. Bis dato war es tatsächlich so, dass wir händisch Telefonlisten geführt haben in Papierform. Da wir uns eh der Digitalisierung verschrieben haben, haben wir das jetzt digital im Collaboration-Tool und bedeutet für mich, um es mal platt auszudrücken. Mein Kopf ist aufgeräumter und ich habe alles in einem Tool und kann es im Endeffekt abarbeiten. Wir haben aktuell drei Homeoffice-Arbeitsplätze fest eingerichtet und die Wildix-Anlage hat uns dort auch die Möglichkeit geboten, über die Device-App direkte Anbindung an die Telefonanlage sicherzustellen, so dass die Mitarbeiterin der Mitarbeiter von zu Hause aus über die Telefonanlage telefonieren kann. Für uns war es definitiv die goldrichtige Entscheidung. Wir waren am Anfang zunächst skeptisch, weil wir Wildix vorher nie gehört hatten, haben uns aber dann zu 100 Prozent auf die Empfehlung der Firma Teletechnik verlassen und sind nicht enttäuscht worden.